ja und warum mein name ist an die rolle und ich begrüße euch zurück zuletzt bei details of as peria die definitiv edition ja ich bin ja im pausen weil ich einfach nur angst habe irgendwann auf mich sogar ankommt werden ich mein intro mache deswegen ja wir haben in der letzten folge die bäuche auf den namen schon wieder vergessen diesen gletscher abgeschlossen und sind jetzt wieder ihr in der nähe von hallo und aspeo wir waren schon in aspeo rinne und in hallo und ist wahrscheinlich reingehen und ja wie man sehen kann ich habe wieder ein bisschen level zu einem level aber nur und ein paar sachen gelernt es ist nicht viel also keine angst repeat hat das habe ich auch schon angefangen während der aufnahme letztens und ja ich habe zu ende gemacht im monat 100 mal eingesetzt mit schmelz siegel um dummer dem boden und zu lernen so karl hat auf level 49 teufels zorn aufgang gelernt wo ihr seid hier gut und ich glaube dass ne partie hat auch noch was und zwar 100 mal riskanter zauber mit dispersion dadurch haben wir großes risiko gelernt und ja 50 mal da schon wieder 100 mal geschrieben 50 mal hey gut da war es ne ich guck mal ganz kurz drüber ja da war es alles klar aber nur ein level gemacht also kann ich halt viel passieren gut ich habe ein bisschen an kochen hier trainiert ich habe ein bisschen ja in der nähe von dingens trainiert hier kaputt noch wenn gut da in der gegend irgendwo so hier keine ahnung ich kann mich kranken mit der karte noch nicht klar und ja ein paar fertigkeiten gelernt habe du mal hier so rüber geguckt was ich als aus ist und so wir spielen mal juri weil jetzt irgendwie geschafft habe jetzt mal alle so offen ungefähr gleichen stand zu bringen in sachen erfahrungspunkte und ich kann mir mal leisten wieder juri zu spielen weil er jetzt nicht irgendwie so einen riesigen abstand hat wie ein karakter ich habe die ganze zeit dieses ding jetzt hier ausgewechselt wo ihr selbst dieses verfluchte dinge näher findes zeichen oder siegel der finsternis und ja hat es ein bisschen einfacher gemacht hier so die level ein bisschen zu managen und ich würde sagen wir gehen mal nach halloa und guck mal was hier so los ist wir müssen immer noch erst retten und wir haben jetzt keine fliegbaren untersatz deswegen ist mal zu fuß hier überall durch die gegend trennen also die alle geflüchtet ich habe übrigens schon gesehen wie die dings aussieht hier saphir haben schon von weiten gesehen hat er seinen helden moment letztes mal deswegen karl hat die gruppe verlassen warum ich damals und jetzt kann ich dann erst mal kurz ausrichten tue sehr von der seite gerade spielen karl hat dann okay was los seid ihr alle geflüchtet aus dafür das ist ja nur die stadt der blüten ok die waren wie wellen ok und sind das hauptstaat so arrogant sie wurden ja zufällig dort geboren eines glück sonst nichts genau sagt ihnen hat man ins gesicht mit so einem sack geld einfach hier eine überziehen wir beschlossen flüchtling aus der hauptstadt aufzunehmen und die unterstützung die uns seiner hoheit lola gewährt sport uns wirklich sehr an okay sagt vier wird nicht viel informations mäßig erzählt trotzdem ich habe in meinem kopf alles zusammengetan was mit dem blaster zu tun aber verlaubs zur zeit so viel los ist einfach nicht klar denken kann so kann ich hier neue sachen kaufen ich habe geld ich habe kein grünes barett warum nicht ich habe auch kein trug mit gewandt warum nicht ich tue die sachen doch immer alle warte mal diese neu neu hat mir hat einer übrigens auch schon alles hergestellt weil ich herstellen konnte also ich hoffe jetzt sind nicht schon wieder neue sachen aufgetaucht weil wir ein bisschen nervig ich glaube erstmal alles essen damit ich wieder kochen kann wie blöder grünes barettes repeat und ich habe schon bessere sachen hergestellt für die die mädels hier mond gewandt irgendwie kann nur sie erst tragen deswegen nehme ich mal dass es gut ist also ja und repeat du brauchst noch das grüne barett ja ist gut wir sind jetzt schon wieder neue sachen aufgetaucht einige sachen konnte ich doch nicht herstellen noch irgendwas bevor ich hier was verpasst wird es ist so ein paar sachen ich meine repeater jetzt bessere klamotten an da mit dem rumfang glanzabschluss ist es nun vorbei hochmord kommt voll im fall sagt mir alle geflüchtet ist dann nur eine riesige explosion der näher stadt passiert da auch holen uns mal ein ich kann man kaum glauben dass ich noch lebe ich war es so leicht dass ich aus der ferne dem baum der stadt erblickte ganz als wir als kurs in haupt schon nur ein größer traum gewesen das war schlafen mehr leute kommen ach ich weiß ja dass wir keine zeit haben uns zu amüsieren ich dachte das wäre schön ordnung auch wenn es etwas lauter wurde wenn ich auch sehr haupt geprüchtet bin wenn ich doch eines tages zurück ich habe so lange das lebe ich kann nicht einfach weg was ist mit juri los richter abrede sache sache 10 10 b oder weiter 0 historischen der nebola wo sogar seine hoheit loda schon mal abgestiegen ist bleibt noch über nacht abgestiegen ist jetzt werde ich erst mal im hafen von nur unterstützt suchen aber was dann könnte ich über das meer nach heliot und die stadt der adel legen ja das werde ich tun was weit albtraum unter neben alles ist von unkraut über buch hat was ist passiert ich rede jetzt nicht mit jedem einzelnen noch sondern die flüchtlinge empfangen sagen wir sehen ja tröst neue situation gar nicht erst ansprechen so viele leute sind doch gar nicht der stadt ist öde es gibt hier nichts zu tun blumen hast du einige sehen hast du alle gesehen langweilig die andere hauptstadt geht auf meinen alten knochen und die monster erst aber ich sollte vor sein dass ich doch lebe wenn man bedenkt wie eine hauptstadt aussieht wie unsere hauptstadt jetzt aussieht keine ahnung aber wenn wir mal carol nächste ganze zeit sich wahrscheinlich der minde hilfe warum sind wir nicht im gasthaus du bist auch voller ap ja und okay was übernachten Hm? I don't know. It's just the situation. I don't have to worry about it, but... I'm so proud of you. If you want to be a king, it's a big deal. Then you don't have a room? There's just one room. You're good, you guys. If you want to buy that room, I'll let you go. Just go ahead. Please go ahead. Please go ahead. I can't say that. I'll give you the money. 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 Hey, come on. I'm sorry. If you look at the room, the room was a mistake. I'm sorry. What's that? I'll give you the money. You don't have to go to the army. I'll give you the money. I'll give you the money. ich habe schon so klüger als das Okay. Ja, das stimmt. Aber wir wollen nicht nur die Lose, weil wir nicht nur das gemacht haben. Und das ist, dass wir nicht so gut sind. Und wir wollen auch noch über die Noor-Koß. Es geht nicht so gut, dass Carol die Rückwirkung wieder zurückkehren. Aber es geht nicht so gut, wenn sie jetzt mal Informationen sammeln. Ja, das stimmt. Wir haben auch schon schon mal eine gute Geschichte gehört. das nicht der tonn oder eisant der rosa noch nie in die lütte anders da bitte will kann also der kursschule nennen und mir jetzt war ihr schon ich gehe körperlich wenn man die gruppe flassen der gruppe wird immer kleiner ich muss stärker werden ich wollte das kind im augen gv und ich um also ist klar amt aber ein bürgermeister aber wir haben nacht und er sagt man ist gleich okay also ich raten den beamten kennen wir irgendwie pass auf dass irgendjemand immer kennen sage ich doch Ja. Hm, hm. Na, Issa. Komm schon mal an. Wie ist Tate jetzt? Tate? Zaphias hat sich nicht mehr in die Stadt zu leben. Die Stadt der Stadt, die die Lichter der Stadt, hat sich in die Stadt geholfen. Das ist aber... Die wirkliche Angst ist später. Das war's für heute. Das war's für mich. Er hat mir gesagt, dass wir uns für uns geholfen haben. Wenn wir uns verletzten, dann haben wir uns geholfen. Alexei... Aber wir haben uns geholfen, und wir haben uns geholfen, dass wir uns geholfen haben, dass wir uns geholfen haben. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Wir haben uns geholfen, dass wir uns geholfen haben. Wenn sie uns geholfen haben, dann sind wir uns geholfen, das war's für alle. Das war's für mich. Aber ich bin mir nicht so, dass wir uns geholfen haben, dass wir uns geholfen haben. Was sind die Leute? Entschuldigung... Ich habe nicht gesehen. Ich habe geholfen, das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Wir haben ja auch geholfen, dass wir uns geholfen haben, was wir aber nicht zu tun haben. In dieser Situation wurde uns die Menschen beobachten. Lass mich raten, die Reichen hatten alle vorrang. Wir haben alles geholfen, und sie haben das nicht zu leben. Wir Kommunen, ich bin ja auch so geklaut, denn dann? Ich habe das Gefühl, wenn wir uns geholfen, so ein bisschen, das wäre nun. Ich bin, ich bin ja nicht mehr im tabs. Aber ich kann mich nicht mehr umschneutig, okay nicht mehr heute ich weiß es ist nachts und der perfekte zeitpunkt aber juri richtig also offensichtlich irgendwie die reichen die hatten natürlich vorrang die armen die sind natürlich wieder zurückgeblieben das das ist die richtige einstellung ich versuche verzweifelt irgendwie wieder stimmung zu machen positive zu sehen das geraden geht ohne mich wir haben keine zeit steh ゲートに行くんでしょう kini semmenって 俺たち助けてそうなったんだろう それより直すことに集中しろ でも置いてっちゃだよ エステル ギルドのみんなで助けるんだから わかってる もう少し寝とけ jetzt wahrscheinlich schon auf dem weg und alle umbringen hat er nicht gesagt er mischt sich ein wenn wir das nicht schaffen da du gehst irgendjemand umbringen ich sehe da schon doch schon eine axt breit und die puppe gott er will wieder ich sagst auch der will wieder jemanden umbringen oh gott warum einer dabei ist das immer wieder aber wir sind so viele leute hat kannst du nicht machen das klappt nicht pass auf und er eine der typ hier der beam ich jetzt ja noch mal joda juli irgendwie so was er kann auch nichts dafür er ist ein vom volk gewählte amtspersonen glaube ich weiß ich nicht echt gesagt hat man sich dann machen wo man sich dann hin wissen wir typ hier oben war vorhin einer der muss hier oben sein damals ja auch nicht ich gehe mal zum bürgermeister vielleicht irgendwas ja ich habe ich gesucht das ist alles was die 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 Sie haben alle alle Kraft. Es gibt viele viele, aber ich weiß, dass sie sich überrascht. Sie haben auch das Grund. Warum? Sie sind die Kraft, oder? Wenn Sie dann, was es? Ich würde es nicht mehr so sagen, dass ich den Weg nicht um Alexei zu retten. Ich würde es nicht mehr so sagen. Ich würde es nicht tun. Was für Sie das? Das hat mich gesagt. Sie sollten immer mal ein paar Leute aufzunehmen. Ich würde es nicht mehr so sagen. Was ist das? ich habe nachts dankeschön ganz schön doofe jetzt allein hinzugehen und mal so nebenbei wenn ich nicht so gut okay immer wir müssen jetzt hier nach links gehen festung daydon stufe ein riesen oschi ich habe das gefühl ich muss dich erledigen dass wir ein boss lernt er irgendwann auf den 50 ja der ding sieht sehr verdächtig aus es ist weg okay oh mein gott geh weg aber gerade keine zeit für dich ich kann irgendwie bei 1 2 3 4 5 angefangen glaube ich machen der combo plus hat dann könnte er theoretisch noch mal komo plus einsetzen ich setz mal einen heiligen trank ein hätte einmal combo plus zwei und combo plus eins und komo plus zwei älter die combo anzahl um zwei ja guck mal dahinten wieder aussieht krass da ist dieses riesen dinge war noch hat so ein riesen oschi das war sehr verdächtig aus habe ich da jetzt irgendwas geglitt stört das war wirklich weiß wie man da hinkommt aber ich habe mir schon so ein bisschen umgeguckt müssen also diesen strand entlang laufen aber allein ist ein bisschen heftig weil die gegner sind da irgendwie von hochgelebt glaube ich so ein riesen monster oder brutal hat sie ist aber auch als wirst du irgendwie du siehst nichts aus als könnte ich dich nein schlechte idee sehr schlecht die idee tschüss ja müssen wir dahin wo ich mir schon gedacht habe müssen ja ich muss mich mal heilen irgendwann dann gehen wir mal hier lang ich weiß immer noch nicht warum das da abgeblockt ist hier der eine gebiet und so dass hier hat man sowieso irgendwie ist ich verstehe nicht das ist irgendwie voll nervig hier bin ich schon mal lange gelaufen weil ich einfach gedacht hätte also nicht gehen wir hierhin guck mal wo du allein kommst du ein paar sachen sammeln so muscheln und also was und ja ich nehme mein damit kommen wir zurück nach sopias irgendwie hoffentlich wenn man den weg folgt weil hier sind neue starke monster aufgetaucht schon so auf level 48 oder so sind ja man ja ein bisschen weiter läuft natürlich noch nicht gegen gekämpft weil es aussieht weil ich auch nicht gegen die kämpfen wenn irgendwie hier also nicht nicht nur mit juri allein ich die gegend laufe also ja was soll hat ja mal gucken wir mal okay irgendwie tauchen jetzt ja keine starken monster auf glaube ich ich kann aber schwören wir waren schon stärkere die einfach so annehmen dass man weiß manieren muss das sieht irgendwie nicht so aus als könnte man da weiter weit ja im moment wo muss ich mir jetzt lang ja ich war nach so viel als ich kann aber nicht die festung data und betreten soll da hat was ich ja schon wieder irgendwas nicht mehr zu blöd irgendwie im alleingang zurück zu gehen ich muss durch den wald ich bin so blöd da war ja noch so ein bald das vergessen man stimmt da gab es ja noch wir sind ja da so durchgegangen beim ersten mal okay ich dachte echt ich hätte hier irgendwie schon einen geilen weg von aber ja war irgendwie so ein stärkeres monster der thema aufgetaubt ist die stärkere gegner deswegen habe ich gedacht das wäre jetzt der offizielle weg gewesen ja ich bin einmal hier über stärkere monster gesteuert hat level 48 oder so waren also was solltet denn dann ich hätte ich glaube wenn man den weg weiter folgt dann kommt man irgendwie zu safias man scheint nicht so werden übrigens ein gigantium monster wie auch immer wieder meisten gefunden können wir uns auch irgendwann irgendwann kümmern ich habe es nicht natürlich das hatte 800.000 hat brutal 58 das ist ein bisschen krass ich habe mir noch notiert wo einige von diesen fliechern sind also kann ich immer wieder so nach und mal von level die sind ich habe ja auch schon alle analysiert glaube ich sage hier müssen wir lernen lass mich raten die gruppe wartet schon ja da wart mal hier keine erfahrungspunkte ist nicht nötig leute so kann ich die dinge jetzt machen weil es hat mit diesen dingern man kann ich immer eigentlich kaputt machen hat man ring war schon irgendwie voll hoch gelabelt und so das ding neu gewesen das ist gerade die wagen jetzt alle ja so zusammengebrochen ich weiß auch schon passiert wenn wir ja müde geworden sind da muss ich aus gut warum bist du eigentlich irre ich nehme an er sollte eigentlich ein hammer ausgerüstet haben in dieser situation aber trotzdem war schon zauber vor Ah! Ich bin der Zeit lang. Du bist ein Kind. Wenn du da, wenn du da bist, du bist du großartig! Es ist ein Kind. Und du hast mich nicht, was du? Du bist du schon? Du bist jemand. Du bist du nicht. Du bist Du bist. Du bist du nicht! Du bist du jetzt? Du bist du? Ich bin nur einig, aber ich bin nur einig. Ich bin ein Freund, was ich? Ich habe es geschafft. Wir gehen alle zusammen. Das ist der letzte Mal. Dann? Ja. Natürlich. Dann können wir gehen. was war ein intelligenter begleiter dann wieder vereinigt ja das ist die gruppe die ich vorher hatte jude fürs jetzt jahren zweitstelle geplatzt also nehme ich mal ein ja manchmal kennt einen seinen begleiter besser als man sich selbst ein instinkt man vertrauen okay wenn der prinz kaiser wird sich noch ein dickes ding so ja doch da kann man ja so noch kino naikotai war doch ein kital ist er noch katholm oder so dann werden muss ich denn da ja dann mach ich nicht nur ok wahrscheinlich immer ein kinder weil wir sind immer diese löcher jetzt könnte man da irgendwie durch irgendwie sollte augen überzeihen ja wahrscheinlich wieder am ende spielt irgendwie letzte upgrade für den ring des hexas oder so nennt es irgendwie immer so oder irgendwann optional ist wird man voll irgendwie hart dran nach suchen muss wie in tans auf der abyss voll krass als wird eines saffiers sieht sehr einladend aus ob ich noch in die festung der redon rein kann aber wenn ich von der einen seite nicht rein kann nehme ich machen kann ich auch von der seite nicht rein doch was ja Hey, hey! leute fühlt sich derzeit sich von so für das fernzuhalten ihre top planen operation zu festen und des aufständischen kommandanten der neue sachen ich komme ein ding sehr wiederholen meine gummies so lager hat haben wir schon gemacht mehr ist ja nicht mehr ich kann mal hier übernachten einfach so es gibt potenzial wenn der bietet mit uns zählt an bilder von 100 galt wocha sag ich na er sagt so selber ja wir können zwar nur zelt haben bieten aber cool story bro gut und ich muss natürlich schon noch gucken ob ihr irgendwann ist weiß in den in dem brutal sein göttlich noch eins ich habe schon versucht das ding out ganz schön heftig zu muss als andere erledigen habe ich sorgt für nichts mehr gehört dass nur so ein riesiger riesiger nebel um die stadt ist ein bisschen komisch ja jetzt wahrscheinlich nichts aber ich gucke trotzdem mal nach einfach passiert und nur für eine begrenzte zeit verfügbar ist man habe ich gesagt hat ich bin zu feige ich will nicht dahin danke aber ich sagen wir gehen noch in dieser folge nach so viel erst mal seht ihr genau deswegen glaube ich überall durch die gegend doch ich bin ich bin ich bin ich bin So, ja. Wie ist das? Hm? Was ist das? Wie ist das? Wie kann man das so, wenn man so schützt? Das ist mein Gehäuer, nicht wahr? Ich weiß nicht. Das ist nicht so. Das ist die Sache, die ich als Erster hatte. Los geht's. Ich weiß nicht. Mhm. genau deswegen tue ich alles nochmal absuchen weil dann findest du hier wieder so eine sehr verpassbare szene und ja es war nur eine kleine szene aber ich habe sie gesehen ich weiß dass sie existiert deswegen tue ich noch mal alles irgendwie so absuchen die tels auf der rede macht soweit die neue szene gibt es nur einen sehr kurzen zeitspanne die man sich angucken kann und ja manchmal winkt vielleicht noch irgendwas schönes ich wollte noch ich wollte eigentlich noch sprechen bevor wir eingehen und da sind dritter dass sie nicht mehr so die das ist die Das war's für heute. Es war's für heute. Ich war's für heute. Herr Esterize? Es ist noch... Zaphias. Ja. Es ist noch nicht so. Was ist das hier? Es ist noch nicht so. 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 Oh, Herr Ester. Es ist noch nicht so. Es ist noch nicht so. Es ist noch nicht so. Wir werden auch auf Tate. Ja. Ich möchte ein paar Mal sprechen. Alles klar? Herr Ester. Alles klar. Ich werde wieder zurück. Ich werde es etwas überlegen. Ich werde es. Ich werde es mitzunehmen. Was haben wir, von Yodel? Ich habe das ganze Zeit in Rätseles-Kaste. Was ist es noch nicht. Ich weiß, was Sie so. Ich bin da. Ich weiß, es ist wie ich, was ich. Das ist. Ich bin da. Ich habe das. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich habe es mir das Gefühl. Ich habe mich schon überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich werde mich überrascht. Wie geht es dir? Ich habe immer noch gedacht. Was ist das Recht? Was ist das Verhalten? Was ist das Verhalten? Was ist das Verhalten? Was ist das Verhalten? Ich habe mich überrascht. Ich habe mich schon überrascht. Ich habe mich nur die Frage gestellt. Das Verhalten ist keine Verhalten. Ich sollte mich nicht mehr tun. Ich habe mich nicht mehr dazu gehört. Ich habe mich überrascht. Ich wollte mich nicht mehr überrascht. Ich habe mich auf das Verhalten. Das ist doch so. Ich werde das jetzt wieder so. Dann gehen wir mit uns. Ich glaube, Tate ist ein Aar-Drake, und ich kann nicht die Geist-Dunen sein. Ich glaube, wir haben alle nichts, aber wir werden nicht mehr so. Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht, was ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, was ich. und ich habe nicht gespeichert also ich darf nicht warten nur so nebenbei aufgepasst ich habe keine Ahnung es ist ein bisschen was mit oder Aber ich möchte mich daran denken, dass ich das, was ich zu tun, was ich hinter mir ist. Ich bin ein Geist, ein Geist, das ist ein Geist. Ich kann keine Ahnung, aber wenn ich das, 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 wenn ich das ein Geist... ich habe zwar machte das flinns heroische rede unterbrochen ds e kohse ok ich nehme ein wir sind die kämpfe nur zu staub wickeln wollten wollten aber ich sagen dass wir ein passender zeitpunkt ihren schnitt zu machen nächsten folge gehen wir dann rein nach soffias und stellen uns alexei retten hoffentlich ist und ja dann sehen wir mal wie es weitergeht gut ich bin sehr optimistisch dass wir das schaffen na gut wir sagen ich hoffe euch ein abad gefallen wenn ihr hinter das doch bitte ein abo oder ein kommentar das würde mich sehr freuen und den kanal weiterhelfen dann sehe ich euch in der nächsten folge tschüss und